Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich Neuigkeiten von BH Cosmetics für euch. Es geht heute um die Trend in Tokio und die Illuminating in Ireland Palette. Und wenn ihr wissen wollt, wie die funktionieren, was die können und was wir schönst daraus schminken können, dann bleibt einfach dran und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Freunde, dieses Video ist jetzt offiziell mein letztes Video hier in diesem Setting. Ich weiß noch nicht, wie es im anderen Setting aussieht. Ich weiß nicht, wie es in einer anderen Wohnung aussieht. Ich habe keine Ahnung, wie die Lichtverhältnisse dort sein werden. Ich bete, dass es funktioniert. Aber ich freue mich und bin ehrlich gesagt auch so ein bisschen wehmütig, wenn ich ehrlich bin, dass ich jetzt hier mein letztes Video drehe. Denn ich habe hier vor dieser kahlen Wand, die dieselbe Farbe hat wie einige meiner Foundations, mein Leben aufgebaut, mein neues Leben aufgebaut. Und es wird mir irgendwie, ja, es hat, das klingt total bescheuert, dass dieser Platz so eine große Bedeutung für mich hat. Aber dieses ganze Ding hier hat so ein bisschen mein Leben verändert. So ein bisschen ist gut. Und es wird das letzte Video hier sein. Und ab morgen ist dann offiziell ein neuer Abschnitt. Und ich bin ganz aufgeregt. Und ich will gar nicht so viel über den Umzug heute reden. Ich rede schon ganz, ganz viel in letzter Zeit darüber. Und ja, aber es ist das letzte Video. Worum es heute geht, Freunde, ist die neue Kollektion von BH Cosmetics. Sie bringt, glaube ich, einmal im Jahr oder zweimal im Jahr sogar so eine Reisekollektion raus. Da geht es dann in verschiedene Länder mit verschiedenen Farben. Und ich habe heute einmal die Trendy in Tokyo Palette hier für euch. Richtig, richtig krasse, bunte Farben. Und die Highlighter Palette. Es gab auch noch eine andere, irgendwas mit Schmandeln in Switzerland oder so. Die habe ich aber schon in einer Verlosungsbox getan. Also solltet ihr vielleicht mal bei Instagram vorbeischauen, damit ihr das nicht verpasst. Denn ich packe ganz, ganz viele Sachen direkt aus PR in Verlosungskisten, weil ich sie einfach nicht benutzen werde. Freunde, ich bin gespannt, was die Palette kann. Ich zeige sie euch einmal noch mal ganz kurz. Die erste Palette ist die Illuminating in Ireland Palette. Kommt wieder in diesem quadratischen Schätzchen hier. Alles so in Gold und Creme gehalten. Und hier drin sind sechs Highlighter Farben mit drin. Ich werde sie euch auch kurz swatchen, dass ihr mal so ein bisschen sehen könnt, wie die Farben aussehen. Also in der oberen Reihe sind eher die helleren Töne. Und in der unteren Ebene haben wir auch noch mal einen helleren. Und dann geht es ins Gold. Er erinnert mich sehr, sehr stark an den Fenty Beauty Trophy Wife oder Killer Wife, Trophy Wife. Diesen goldenen, den niemand benutzen konnte irgendwie, aber jeder ihn haben wollte. Sieht sehr, sehr schön aus. Vor allen Dingen dieses Rot kann ich mir vorstellen, wenn ihr ein bisschen dunkler von der Hautfarbe seid. Das so als Schimmer Rouge mit dem goldenen Highlighter Shamrock. Richtig, richtig cool. Das einfach rauf und wow. Ich möchte aber heute, glaube ich, noch kein Highlighter. Doch, wir machen heute Highlighter. Krieg ganz, ganz viele Kommentare in letzter Zeit. Maxim, was ist los? Warum trägst du keinen Highlighter mehr? Freunde, ich trage Highlighter. Aber etwas, was ich euch nicht zeigen darf. Deswegen mache ich es nicht mehr in den Videos. Ich habe mich damals bei meiner Palette so oft verraten. Not this time, baby. Ich nehme jetzt hier einfach einen Highlighterpinsel von Morphe und gehe in die Farbe Charmed. Ich mag die Highlighter von BH Cosmetics total gerne, weil sie, das ist alles recht günstig. Ich meine, dass die Paletten jeweils 16 Euro kosten. Ich weiß noch nicht, ob sie jetzt schon im DM gibt, aber meistens gibt es diese Kollektion auf jeden Fall im DM. Da müsstet ihr mal vorbeischauen. Ich setze sie euch auf jeden Fall unten in die Infobox. Bei BH Cosmetics auf der Seite gibt es die selbstverständlich schon. Bei DM weiß ich noch nicht. Meistens kommt das dann aber. Ich gehe aber auch noch ein bisschen in die Farbe Lucky und gebe mir das hier oben hin. Das ist schon sehr intensiv, der Highlighter. Also, da lassen die guten Jungs und Mädels von BH sich nicht lumpen. Ich kenne die Produktentwickler dort. Ich habe sie bei verschiedenen Events jetzt kennengelernt. Und als wir die Kampagne geshootet haben und so, die lassen sich schon echt immer was einfallen. Und das ist hier, ja, richtig, richtig schön. Ich gehe auch hier gleich nochmal so ein bisschen zwischen meine Augen und auch meine Nase. Wir übertreiben es heute mal. Ich habe eine Look-Idee im Kopf, Freunde. Ich weiß aber nicht, ob ich die umgesetzt bekomme. Ich mache euch hier mal ein Foto rein. Weasley Benjamin Carter. Den kennt viele gar nicht. Das ist ein Boy in Make-up. Der hat vor, glaube ich, zwei Jahren mit Catrice eine Palette rausgebracht. Und ist total unterschätzt, finde ich. Und ich finde den klasse. Der kann richtig gerade schminken. Der macht richtig, richtig gute Videos. Und der hat einen schönen Look gemacht. Und ich wollte mich so ein bisschen daran inspirieren lassen. Weswegen ich auch ganz gut diese Palette passend fand. Ob wir es so hinkriegen, ich weiß es nicht. Wir probieren es aber trotzdem. Ihr könnt sehen, also der Glow sieht richtig, richtig gut aus. Bei Highlightern, da kann man nicht viel falsch machen. Viel spannender wird es jetzt aber mit dieser Palette hier. Das ist die Trendy in Tokyo Palette. Und in dieser Palette sind 16 Color Eyeshadows mit drin. Und ich lese euch ganz kurz vor, was hinten drauf steht. Ist es auf Englisch? Ich übersetze es euch grob. Lebe den Avantgarde Style Japans Hauptstadt. Die 16 Farben Palette eine... Oh Gott. Striking Kaleidoscope of buttery, smooth mattes and lustrous shimmers. In bold, bright hues, inspired by the chic neon lit Metropolis. Also, das ist eine bunte Palette. Inspiriert an den Neon Signs von Japan. Den Neon... Neon... Schriftzügen. So, haben wir dann auch geklärt. Ähm, ich möchte verschminken. Also, offensichtlich. Sonst wären wir hier heute alle nicht hier. Freunde, es ist sehr, sehr früh. Es ist sechs. Ich muss gleich los. Aber ich möchte gerne mich schminken wieder. Ja, richtig. Mit euch. Vor der Kamera. Ich fange als erstes, glaube ich, mit einem hellen, hellen Grün. Nein, nicht mit so einem hellen Grün. Okay, Freunde. Wir fangen an. Ich gehe in die Farbe Bamboo. Das ist dieses Grün hier. Und ich nehme mir ein bisschen auf, klopfe ab. Und ich möchte erst mal nur so ganz leicht Grün haben. Und das Schöne ist, hier ist ein Spiegel mit drin. Das heißt, passt alles sehr, sehr gut. Und das setze ich mich hier außen hin. Ich baue die Farbe erst mal langsam auf. Ich habe fast alles wieder abgeklopft von dem Pinsel, damit das nicht so intensiv wird. Damit ich den Übergang zwischen den nächsten Farben gut hinkriege. Aber das sieht doch schon mal sehr, sehr gut aus, oder? Also, das war ja jetzt nicht lange. Ich mache das Ganze auch, glaube ich, gleich auf der anderen Seite, damit wir so einen gleichen Übergang haben. Und ich ungefähr weiß, in welche Richtung ich möchte. Das Schöne bei BH Cosmetics Lidschatten ist, die sind durchgehend von der Qualität eigentlich gut. Also, ich kann mich nicht erinnern, zu meiner BH Cosmetics Seite zumindest, dass irgendeine Farbe oder irgendeine Palette wirklich schlecht war. Schlecht liegt natürlich immer im Auge des Betrachters. Und manche Paletten sind einfach softer. Die sind dann aber auch, finde ich, so konzipiert. Schreibt mir doch jetzt mal bitte in die Kommentare, wie viele BH Cosmetics Lidschattenpaletten ihr habt. Denn ich glaube, dass BH so die bekannteste Lidschattenpalettenmarke hier in Deutschland ist. Ich finde, die anderen Produkte werden so ein bisschen unterschätzt von denen. Ich habe auch noch nicht viel probiert. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ich ein Full Face BH Cosmetics machen soll. Denn das geht. Die haben nicht nur Lidschatten in der Drogerie. Also, das Grün richtig krass. Ich konnte es mega schön aufbauen. Ich blende es hier oben nochmal so ein bisschen aus. Aber gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Weiter mache ich mit demselben Pinsel. Ich mache ihn ganz doll sauber. Aber so ein bisschen Pigment ist noch drin von dem Grün. So, dass der Übergang ein bisschen weicher wird. Und gehe in die Farbe Fortune. Klopfe auch hier wieder ab und platziere mir das direkt hier an den Übergang. Ich frage euch auch immer so in Abstimmungen hier auf YouTube oder auch bei Instagram ab und zu, ob ihr eher so bunte Looks oder eher Nude Looks schminkt. Und tatsächlich ist das, was am meisten rauskommt, ist beides. Ihr wollt beides haben. Und das finde ich total spannend, weil ich sehe das genau so. Es darf gerne richtig, richtig bunt sein. Es darf aber auch mal gesetzt und erwachsen sein. Schön, so wie aus dem Look, den ich neulich gemacht habe mit Catrice, mit dem neuen Catrice Sortiment. Soft und weich. Okay, auch das gefällt mir richtig gut. Ihr könnt sehen, wie einfach und weich sich die Farben ineinander verblenden lassen haben. Ich lasse hier jetzt noch so ein bisschen Platz. Ich mache den Pinsel wieder sauber und gehe hier oben lang, dass hier einfach das so ein bisschen weicher ist. Und man sieht auch nur so eine leichte Farbabstufung. Deswegen gehe ich jetzt in die Farbe Kyoto rein. Das ist dieses dunkle Lila hier. Und das setze ich mir hier hin. Erstmal fluffig, ne? Mit dem fluffigen Pinsel. Wir nehmen immer noch denselben Pinsel und platzieren das Pigment einfach hier hin. Mhm. Okay. Das wird jetzt gleich spannend, diese beiden Farben miteinander zu kombinieren. Mhm. Gebe mir noch ein bisschen mehr Pigment drauf. In die Crease. Und dann blende ich einfach. Ganz leicht. Ich habe keinen Druck auf den Pinsel. Cool. Ich hätte es auch andersrum machen können. Aber wer hat gesagt, dass wir immer von hell nach dunkel gehen müssen? Ich meine, wir machen eh eine Cutcrease. Da wird es dann vorne eh heller. Man sieht ja nur noch so ein bisschen hier. Okay, das sieht richtig, richtig krass aus. Super intensiv die Farben. Meine Base war übrigens gesettet. Also wenn ihr sie feucht benutzen würdet, dann würden die Farben noch intensiver rauskommen. So sind sie so ein bisschen abgemutet. Und wenn ihr einen weißen Primer oder einen weißen Concealer nehmen würdet, Bombe. Was ich euch da empfehlen kann als weiße Lidschatten Base ist von Morphe, dieser Concealer hier in der Farbe wahrscheinlich 0.00. Den als Base, der ist als Concealer furchtbar. Wirklich. Das ist einer der schlechtesten Concealer, die ich in meinem Leben benutzt habe. Aber als Lidschatten Base, Bombe. Ich nehme jetzt einen kleineren, sauberen Pinsel und gehe in die Farbe Emoji rein. Das ist dieses schöne, satte Pink hier. Klopfe wieder ab. Und das platziere ich mir hier vorne hin. Richtig schön. Auch hier, das ist jetzt auf einer trockenen Base. Wenn ihr es feucht an oder anfeuchten würdet, wäre das Ganze etwas leuchtender. Also das ist jetzt wirklich nur ganz leicht. Ich möchte nicht dieses Neon haben heute. Dann gehe ich wieder so ein bisschen ins Lila. Und jetzt konzentriere ich mich darauf, dass ich die Farben miteinander so ein bisschen besser verblendet kriege. Mega, ich liebe es. Hier sieht es jetzt sehr, sehr dunkel aus. Liegt aber einfach daran, dass Lila einfach dunkler ist als Rosa und Hellblau. Und das probiere ich jetzt hier noch so ein bisschen in der Crease miteinander zu verblenden. Aber wenn wir gleich die Cut Crease machen, sieht man davon eh nicht mehr viel. Deswegen wechsle ich jetzt einfach hier nochmal so ein bisschen und platziere mir einfach das Pigment nochmal überall und toppe das damit so ein bisschen. Und dann sind die Farben auch gleich noch viel, viel krasser. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr so vor die Tür gehen würdet. Mit richtig dunklen, intensiven, bunten Farben. Ich finde auch, dass man daraus eher softe Looks machen könnte. Wenn man vielleicht, was ich im Moment total schön finde, dieses super monochrome. Also wirklich nur eine Farbe aufs Lid und dann ausgeblendet Eyeliner, Lashes, fertig. Das sieht richtig, richtig gut aus. Und so hat man auch verschiedene Möglichkeiten, finde ich. Einfach nochmal Looks zu machen, die ein bisschen alltagstauglicher sind als ich gehe jetzt als Regenbogenflagge zur Arbeit. Und was ich euch ja auch immer anpreise ist, achtet darauf, wenn ihr eine Lidschattenpalette kauft, dass ihr verschiedene Farbabstufungen habt. Hier könnt ihr sehen, ich habe ein helles Rosa, ich habe ein dunkleres Rosa und es wird immer dunkler. Ich kann dann ins Lila gehen, um das abzudunkeln. Wir haben verschiedene Grüntöne, die ihr abdunkeln könnt und abstufen könnt, sodass ihr einfach weiche Übergänge kriegt. Sehr gut. Ich würde mir jetzt eine Cut Crease ziehen, damit das Ganze ein bisschen sauberer aussieht. Und dann bin ich gleich wieder da. So, die Cut Crease ist einmal drauf, Freunde. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen unsicher, was ich auf mein bewegliches Lid geben möchte. Hier sind zwar Schimmerfarben mit drin, ich glaube aber, dass sie nicht so gut dazu passen würden. Also zu dem Look, den ich jetzt da gemacht habe. Ich nehme jetzt hier aus der Palette, eigentlich sieht das Weiß auch nicht schlecht aus. Ich nehme meinen sehr, sehr hellen Highlighter erstmal. Dazu benutze ich die Farbe Dublin. Das ist diese hier. Und die presse ich mir einfach direkt mit drauf. Es hat so einen leichten, gelblichen Touch. Yes, das war die richtige Entscheidung. Es wirkt noch viel, viel heller jetzt. Aber wenn man genau hinschaut, sieht man so eine leichte, güldene Bewegung. Und das liebe ich. Ihr könnt mir einmal in die Kommentare schreiben, wie würde eure aller, aller liebste Lidschattenpalette aussehen. Schreibt mir das mal in die Kommentare. Ich glaube, das ist die Videoaufgabe des Videos. Oder die Aufgabe des Videos. Ihr wisst, was ich meine. Das würde mich wirklich mal interessieren. Wenn ihr eine Lidschattenpalette machen würdet, wie würdet ihr sie machen? Unten mache ich genau einmal dasselbe. Ich gehe wieder in das Grün hier außen. Gehe dann ins Blau. Lila. Und dann ins Rosa-Pink. Sehr schön, Freunde. Dann kommen einmal Lashes drauf. Ich mache mir was auf die Lippen. Und wir sehen uns gleich wieder. Und das, Freunde, ist der fertige Look. Ich habe Lashes drauf gemacht. Das sind die Adele Remy Lashes. Im Style 778. Und auf den Lippen trage ich einen Lip Liner. Den hier von Nabla. Der Velvet Line Body Language. Und den Liquid Lipstick von WeMakeup. Meine absolute, absolute Lieblingsfarbe. Der ist so, so schön auf meinen Lippen. Und ich mache auch gleich noch einen Gloss rüber, wenn das Ganze getrocknet ist. Freunde, wie findet ihr den Look? Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich lieb's. Es ist was anderes. Es ist trotzdem nicht zu viel. Es ist bunt. Es ist intensiv. Aber durch diese Nude-Lippe wird das Ganze, glaube ich, noch mal so ein bisschen eine Stufe runtergesetzt. Super Qualität. B-Edge Cognitics, ehrlich gesagt, wie immer. Das ist nichts Neues. Ansonsten bin ich gespannt, was ihr dazu seid. Schaut euch den Highlighter an. Es sieht aus, als hätte ich mit einem Stückchen Speck auf meiner Wange gespielt. Und Freunde, vielen Dank, dass ihr heute hier wart zu diesem ganz besonderen Video. Falls euch das Video gefallen hat, lasst dem Video doch gerne einen Daumen nach oben da. Das würde mir ganz viel bedeuten. Und falls ihr hier neu seid, könnt ihr auch gerne meinen Kanal abonnieren. Das kostet nichts. Und wir wissen beide, dass ihr mehr als ein Video guckt. Ne? Habe ich euch erwischt. Also Freunde, passt auf. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute.